Guten Abend und ein herzliches Willkommen zum Forex am Abend, Ihrem persönlichen Marktaußenrückblick. Mein Name ist Dennis Kötler, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Der Montag, den 31.03.2014, 19.21 Uhr, ganz genau. Für Kauflust sorgten heute die neuesten Kommentare der US-Notenbankchefin Janet Yellen. Denn demnach ist die Wirtschaft noch lange nicht da, wo sie sein sollte, noch nicht gesundet und braucht weiterhin Unterstützung seitens der Fed. Das war maßgeblich heute die prägendste Nachricht und wir sahen, dass wir heute darauf bullisch im Dow Jones, aber auch in den anderen amerikanischen Aktienindizes reagierten. Der Dow Jones heute fast mit einem Plus von 150 Punkten gemessen zum Freitagsschlusskurs. Auf den kommen wir gleich zu sprechen. Der DAX ein wenig schwächer, woran das liegt, werden wir dann auch in Kürze besprechen. Also Gold reagiert weiterhin bärisch, weiterhin in der Korrektur. Schließt vermutlich heute auf Tagesschlussbus unter dem 50er Retracement unter 1.286 US-Dollar pro Feinunze. Nächste Unterstützung im Bereich von 1.278, aber die nennenswerte Unterstützung hier liegt beim 61.8er Retracement. 1.1265 US-Dollar bis dahin könnt ihr noch korrigieren und dann ist wirklich hier eine sehr, sehr gute Unterstützungszone erreicht, wo der Aufwärtstrend noch hier dann in dem Bereich wieder aufgenommen wird. Das heißt, wir halten uns noch zurück. Eventuell ist ein Split hier sinnvoll. Das heißt, man guckt sich an, ist er im Bereich von 1.278, ist er gut unterstützt, kann man ihn hier long nehmen und dann noch eine Long-Position im Bereich von 1.264. Stoppt dann hier im Prinzip etwas drunter, dass man dann letztendlich hier kein zu hohes Risiko fährt. Alles in allem müssen wir sagen, die richtig gute Unterstützung wartet in Gold. Erst bei 1.265 US-Dollar. Was haben wir auf der Liste? Euro-US-Dollar träge ging es heute voran. Wir hatten kurzzeitig einen kleinen bullischen Impuls, aber wir konnten noch nicht mal hier diese abwärts verlaufende Trendlinie brechen, sondern scheiterten da punktgenau. Bullische Impulse sind zu erwarten für den morgigen Handelstag bzw. für den heutigen Abend über 1.3818 US-Dollar pro Euro oder bärisch unter 1.3690, dann mit einem Kursziel von 1.3640 und weiter da tiefer. Aber aktuell konsolidiert er hier vor sich hin, aktuell auch wenig Bewegung, übergeordnet sind wir immer noch long. Aber man sieht eigentlich sehr, sehr schön, wo wir eingespannt sind. Von unten kommt hier die Tages-EMA 100, direkt hier oben die Tages-EMA 20. In diesem Spannungsfeld aktuell befinden wir uns und demnach ist es sinnvoll hier zu warten, bis er diesen Spannungsbogen auch tatsächlich entladen kann und entladen wird. British Fund US-Dollar hat unsere Long-Position hier getriggert, konnte bislang 25 Pips ansteigen. Nicht die Welt, wir sind ja übergeordnet noch völlig intakt long. Hier konnte der British Fund bereits eine Bewegung von fast 200 Pips mit sich bringen. Über dem 1.668 Retracement, Entschuldigung 1.6685, entstehen neue Long-Impulse. Genau daran scheitern wir aktuell dem alten 2.668 Retracement. Und wenn wir darüber hinaus ansteigen können, dann haben wir wieder Platz. Das heißt kurzfristige Unterstützung hier auf dem H1-Chart. Wunderschön zu sehen bei 1.6660 US-Dollar pro British Fund und weitere bullische Impulse hier über 1.6690 zu erwarten. Er ist weiterhin Long-Shorts-Position, eignen sich hier nicht. Neuseeländisch-Dollar, US-Dollar Kiwi knappst hier am letzten Tageshoch, am markanten Tageshoch von 0.8671. Bullischer Tagesschlusskurs hier drüber würde Platz schaffen für deutlich weitere Anstiege, nämlich bis in den Bereich von 0.8840, das sind immerhin auch 140 Pips, die er dann Platz hätte. Auch ein Trade, den man sich eng genug auf die Watchlist setzen sollte. Also geht es hier über dieses jüngste Hoch, hier über die 0.87, dann hat er hier locker 120 Pips nach oben im Platz. Australisch-Dollar, US-Dollar, genau. Konsolidierungsphase beendet, bullische Flagge ausgehebelt. Hätte man heute traden können, 40 Pips. Pullback-Möglichkeiten heute aktuell hier in diesem Level. Beziehungsweise wenn er dann nochmal auf die Flagge konsolidiert, alles in allem, ist er weiterhin völlig intakt long. Übergeordnete Bodenbildung ist abgeschlossen. Kursziel sind hier 470 Pips. Wir haben davon 120 ausgeschöpft. Also wir haben da durchaus noch einiges an Potenzial nach oben. Und auch wenn es jetzt ein wenig weit weg klingt, solange die 0.9160er Marke hält, ist da alles soweit noch in Butter, um es mal so zu formulieren. Euro-Japanisch-Yen kommt, ist da nicht gerade der Pullback? Ganz genau. Hier wird es sehr, sehr interessant. Wir hatten hier den Ausbruch über diese schräge Trendlinie, über die letzten Hochs. Jetzt erfolgt der Pullback. Und jetzt können wir mal aufgrund dieser Situation in den untergeordneten Timeframe gehen. Und wir sehen hier immer noch keine Bodenbildung. Das heißt, wir brauchen untergeordnet, damit das als Unterstützung tradbar wird. Ein Marktmuster aus höheren Hochs und höheren Tiefs. Das wäre gegeben, wenn wir über dieses Hoch ansteigen könnten. So viel ist das ja nicht. Das sind 20 Pips. Das kann man teilweise wirklich noch intakt abwarten. Und dann hätten wir hier ein neues Marktmuster aus höheren Hochs. Und das wäre auch gleichzeitig positiv für eine Bodenbildung. Alles in allem sieht das hier durchaus bullisch aus. Wenn er so schließt, wenn er noch ein bisschen hochziehen würde, natürlich wäre es noch besser. Euro, Australisch, Dollar. Da gibt es glaube ich einen Durchbruchstraight. Ganz genau. Wir sind hier auf dem Tagesschart durch die starke Unterstützung von 1,4983 letztendlich durchgerutscht. Pendeln tendieren hier noch über der Tages EMA 200. Wichtige aufwärtsverlaufende Trendlinie ebenfalls schon vorher ausgenockt. Und jetzt wird es interessant. Sollten wir nämlich hier den Docht unterhalb dieser 200er schneiden. Also letztendlich diese Marke. Dann hätten wir hier also wesentliches Abwärtspotenzial. Das kann man schon so sagen. Und das wäre nämlich dann genau hier. Und das wären für einen Skalp 210 Punkte. Wenn man es als Skalp bezeichnen möchte, ist das natürlich deutlich. Aber wir sehen auch hier aktuell abwärts geneigter Trend wird vermutlich fortgesetzt. Bärische Flagge getriggert. Es könnte hier Short werden unter diesem letzten Tief. Unter ein 67,76. Habe ich noch auf dem Plan. Australisch-Dollar-Schweizer-Franken. Genau. Pullback erfolgt aus dieser konsolidierenden Formation. Wir erwarten hier weiter steigende Kurse. Sicherlich die 200er auf dem Tagesschart. Die begrenzt ihn aktuell noch. Aber alles in allem sieht das hier nach einer intakten Bodenbildung aus. Und sollte damit auch weiterhin gute Chancen haben. Also hier der Australisch-Dollar-Schweizer-Franken, um weiter ansteigen zu können. Besonders interessant. Wahrscheinlich auch aufgrund der Kommentare von der Notenbankchefin Janet Yellen wird der Dow Jones. Jetzt bricht er hier die 16.590er Marke. Dann ist die große Konsolidierungsformation abgeschlossen. Und wir könnten ein sehr, sehr hohes bullisches Kurspotenzial darunter hinaus. Darunter hier kann er korrigieren. Aber alles in allem sieht das bullisch aus. Wir hatten gesagt, das ist eine inverse SKS. Und wenn er hier die Triggert auslöst, dann ist Platz nach oben. Shorts sind gefährlich. Longs sind aber auch jetzt gerade aktuell gefährlich. Wir sind hier nämlich eben kurz vor dem Ausbruchsniveau. Sollte man engmaschig beobachten. Nasdaq wunderschön an der Trendlinie abgeprallt. Untergeordnet könnte es hier auch interessant werden. Hat auch schon diese abwärts verlaufende Trendlinie gebrochen. Untergeordnet könnte er jetzt weiter ansteigen. Also die Situation sieht durchaus ganz bullisch aus. Sollte aber hier auch dann die Tages55er nach oben aushebeln. Warum ist der DAX heute nicht so mitgezogen? Nun, das haben wir im Forex am Morgen gesagt. Weil wir hier an der begrenzenden Trendlinie sind bei 9.662 Punkten. Das heißt, auch hier ein bullischer Ausbruch wird interessant. Morgen eben, wenn wir hier aushebeln können, diesen Widerstandsbereich. Untergeordnet ist es so, dass wir entweder die Longposition ins Spiel bringen. Wenn er hier über 9.700 Punkte ansteigen kann. Ansonsten Korrektur. Und die könnte man dann hier kaufen bei 9.491 Punkten. Wird sehr, sehr interessant in jedem Fall. Das war es von meiner Stelle aus. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Wünsche Ihnen noch viel Erfolg und sage wie immer Good Trades. Und wenn Sie mögen, bis bald. Auf Wiedersehen.